Weil ihr es seid, ne? Ich wollte da in der Ecke eigentlich kein Nest mehr. Tja, Betonung liegt auf eigentlich. Viel Spaß, ihr Süßen. Ja, würde ich eine gute Idee finden. Kann ich euch hier nämlich wieder so ein Türchen davor machen, weißt du? Habt ihr ein bisschen eure Ruhe? Ja, sehr schön, Mabel Maus. Prima. Okay, dann baut mal wieder schön, ne? Bille, Balle, Peli. Ein Tari-Mann, der ist mal noch ein klitzel bisschen in der Küche, okay? Weil es hier vorhin schon wieder so gescheppert hat. Aber, wenn wir Glück haben, haben die anderen jetzt nicht alle schon ein neues Nest, die sucht. Ich gucke mal noch ein bisschen und dann kommt der Tari wieder rüber, ne? Prima. So, ihr kommt da mal ein bisschen zur Ruhe und baut schön, ne? Na, Micky Maus? Willst du mal mit rein? Ja? Aber ohne Stenkel, okay? So, und los. Prima. Der Checker ist wieder da, Leute. Könntest du mal deine Brütfrau ablösen, ne? Hm? Setzen davon. Ja, dann guckst du schon, ne? Kerli ist wieder da. Ja, sehr gut. Prima. Klasse. Dann kommt Pille, Palle, Peli mal ein bisschen raus. Und bleibst schön lange draußen, Pille, Palle, Peli, ne? Dann kann Tari jetzt nämlich mal ordentlich ein bisschen sitzen und ruhig sein. Okay. Viel Spaß. Und dann geht's. 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 Vielen Dank.